Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Happy Wheels. Der Unfallsimulator. Tag ihr Nasenbeeren. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Happy Wheels. Ich hänge immer noch in einem sogenannten mittelschweren Level. Mittel bis schwer. Und jetzt muss ich da drüber. Am besten ist, ich fliege drüber, würde ich sagen. Da kann er am wenigsten schief gehen. Ich weiß nur nicht genau wohin. Oh ja 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 ja. So, das sind Autos, die wahrscheinlich wieder nach unten fallen. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Fliege ich so drüber am besten, oder? Komm, versuch was. Nein! Ich lebe noch. Ich weiß nur nicht, ob ich da nochmal rauskomme. Haha. Ja ja, ja ja, war nicht schlecht. Ich will das nicht alles nochmal spielen. Bitte nicht. So, das war nicht verkehrt. Jetzt müsste ich mich irgendwie aufrichten, wenn das geht. Komm. Und jetzt da rausfliegen. Da ist ne Mine, da ist ne Mine, da ist ne Mine, da ist ne Mine. Das ist ne Mine! Ah! Uh! Ja, da steht jetzt bestimmt wieder 18 Mal drunter. Das muss ins Best. Off! Verfickte Kacke! Alles nochmal von vorne. Die Schwertnummer, ey. Das ist echt nicht nett von dem Spiel. Aber der Level ist, ähm, auch wenn er schwierig ist, er ist trotzdem, äh, sehr interessant, finde ich, ja. Er ist da herausfordernd. Oh, Vorsicht! Sprach's und ging in die Luft. Irgendwie... Ach, Mann! Irgendwie bin ich allergisch auf Minen. Keine Ahnung, irgendwas... Irgendwie haben die ein Problem mit mir, diese Scheiß-Mine. So, die Scheibe haben wir gleich mitzerlegt. Das ist sehr praktisch. Da ist die erste Mine kaputt gegangen. Wir können schauen, ob wir die zweite auch noch abkicken. Jawohl, das ist hiermit passiert. Jetzt muss ich nur noch da drüber. Ist noch eine da, oder war's das jetzt? Das war's erstmal. Ja, der kümmert sich da um seine Beine. Jetzt muss ich da wieder drüber fliegen. Wenn ich denn da drüber komme, erstmal hier. Ich muss erstmal noch diese Scheibe kaputt machen, weil mich die ja wahrscheinlich bremst. Nicht da rein, nicht da rein! Nein! Nein! Alles gut. Zack! Ja, das tut mir leid für euch. Ich muss das jetzt einfach... ...nochmal und nochmal spielen. So, Vorsicht, Mine. Jawohl. Zweite ist auch schon in die Luft gegangen. So, jetzt muss ich da drüber fliegen wieder. Ah, ein Stress dauernd. Ein Stress. Ich komme so nicht drüber. Hör auf zu schießen, du Arsch! Nochmal Schwung holen. Besser ist das, ne? Ich muss nämlich nicht da rein, sondern ich muss da drüber. Ja. Und ich muss hier auch aufpassen! Gott sei Dank. So, das haben wir. Vorsichtig hier durch. Da ist noch ein Fußball. Ich hoffe, wenn da eine Mine käme, könnte ich die dann nochmal kicken. Ich habe schon wieder vergessen, was da jetzt kommt. Ist wieder ganz neu. Ja, ja, genau. So. So, was war denn da dann noch? Hier, ähm... Ich weiß es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, die Dinger. Okay. Und jetzt da drüber fliegen. Ich werde verrückt. Ich dreh durch! Jetzt hat es geklingelt. Das hat mich wieder abgelenkt hier an der Haustür. Scheiße! Ach, scheiße! Nochmal hoch hier. Das war wohl nix. So. Ich stecke. Verdammt nochmal. Ich stecke. Los. Ja, gut. Kick. Ja, ist gut. Komm. Ich will nicht da reinfallen. Ich will nicht da rein. 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 Ja, ja. Kotz dich aus. So. Fertig, ne? So. Abgeschüttelt. Und jetzt müssen wir da wieder einigermaßen fehlerfrei drüber. Auf geht's. Nein, nicht rein! Oh, kacke, ey. Man kann das sogar überleben, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Allerdings muss man halt, wie gesagt, dann wieder auf diese anderen Dinger aufpassen. Auf diese scheiß Spieße an der Seite. Ja, genau. So stelle ich mir das vor. Dann versuchen wir noch, die Miene, die zweite noch auszulösen, wenn die noch existiert. Vorsicht, Vorsicht. Ah, ne, die ist auch schon kaputt. So, dann, äh, schieß doch. Na, komm. Der hört immer auf zu schießen. Wenn ich mich da in die Deckungsbewegung begebe. Das ist ja voll unfair. Nicht in den Kopf, bitte. Nicht da reinfallen jetzt. Zurück! Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Okay. Äh, ja. Und jetzt da drüber. Komm. Ach, kack doch die scheiße Wand an, ey. Ah, 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 ah. Stop. Nicht im Kopf! Oh! Okay. Puh. Hahaha. Huhuhu, fu man's Schuh. Das war knapp. So, ich muss das wieder umdrehen, sonst, äh, passiert irgendwie wieder ein Unglück. So, was haben wir als nächstes gehabt? Diese Springdinger. Ich will nicht da drauf. Das schleudert mich bestimmt wieder an irgendeine komische Stachelwand da oben. Stopp! Stopp! So. Jetzt hier noch. Ah, 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 ah. So, da müssen wir drüber irgendwie, ne? Bin ich drüber? Bin ich drüber? Ja, ich war drüber. Wahnsinn! Das macht mich wahnsinnig. Auf Dauer. So, wir machen's einfach nochmal. Aua. So, meine Level-Tester haben das alles lockerflockig geschafft. Wie schön für sie. Na komm, schieß doch mal. Triff mich aber nicht. Ja, ist gut. So, jetzt müssen wir irgendwie da einigermaßen wieder rauskommen. Blödes Scheißding. Verpiss dich. So, jetzt. Und jetzt müssen wir da wieder drüber fliechen. Aber natürlich nicht zu weit. Ihr wisst ja, da sind wieder Spieße. Und so war das Perfektomat. Stopp! Ich will nicht da drüber. Bin fast ein bisschen zu unvorsichtig gefahren jetzt. Ich will nicht da drüber. Scheiße. Da verliert man so voll die Kontrolle, ne? Ist da Ende irgendwo wieder? Ach komm. Ich dreh durch. Ich dreh echt durch. Fränkel, denk doch mal dran. Du musst einfach da ein bisschen weiter fliegen. Dann hast du ja auch kein Problem mit diesen blöden zwei Minen da an der Stelle. Ne? So ist das nämlich. Oh, kacke. Die zweite Mine. Ah! Ah, die dritte Mine. Ah! Ich hab's überlegt. Hab ich das nicht gut gemacht? Das war nämlich genauso geplant. Haben wir's jetzt? Ja, ist gut. Nein, mein Kopf. Glück gehabt. Jetzt hab ich beinahe meinen Kopf verloren. Ich will nicht da rein. Nein, 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 nein. Ich will da drüber fliegen, Freunde. Ich will einfach nur da drüber fliegen. Vorwärts, nicht rückwärts. Nochmal. Soviel zu dem Thema wieder. Meine Güte, ey. Da hat er mal ein paar Unwegsamkeiten hier eingebaut, der liebe Freund hier. Hier ist er nochmal? Lachkrampf. Ja, ja, ich lach mich tot. Komm, weiter. Ja, ja. Und die Beine mal sicherheitshalber abgeworfen wie eine Eidechse. Um den Feind zu verwirren. Jetzt hab ich diese blöde Glasscheibe wieder an der Backe. Jetzt haben wir's, ne? Komm, weg das Ding. Stopp! Und drüber. Vorsicht, da ist wieder Spiesi, Spiesi. Puh. Puh. So. Gut. Wenn ich mir vorstelle, dass ich noch einen Level über hab, jetzt momentan, an diesem Tag, an dem ich das spiele, der noch schwieriger sein soll, dann krieg ich ein bisschen Angst. So. Da fliegen wir wie immer drüber, wenn's geht, ja? Da fliegen wir auch drüber! Ja! 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 Wär ja blöd, wenn ich das gleich schaffe, weil wenn ich mich voll anstrengend täte, dann hätte ich ja überhaupt keine Probleme, dann würde ich ja diesen Level ruckzuck in 20 Sekunden durchspielen und deswegen stelle ich mich ein bisschen blöd, ne? Okay. Jetzt komm ich da nicht hoch, weil ich irgendwie ein bisschen weiter von vorne starten muss. Komm. Ja! Ja, ja, ja. Stopp! Wir müssen da noch drüber. So, dann die Mine. Könnt ihr die bitte auch noch auslösen? Dankeschön. Dann das alte Problem mit dieser blöden Kakapune da, die mir auf den Sack geht ohne Ende. Jetzt bin ich auch noch eingesperrt hier in lauter Pfeilen. Aber, das hat sich jetzt erledigt. La 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 la. Stopp, 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 stopp! Wie immer gilt, nicht in das Ding hier rein, wenn's geht. So. Gut. Da waren wir schon ein, zwei, drei Mal, was? Jetzt müssen wir da wieder drüber fliegen und am besten gleich über die nächste Kacke auch noch drüber, wenn's geht. Stopp! Was war das denn jetzt wieder? Was war das denn jetzt wieder? Das war so gut! Von mir. Das war nicht so gut, von mir. Oh mein Gott! Gut reagiert. Auch wenn es ein bisschen Glück war, natürlich. Aua, Bein. So, jetzt komm, Mine. Bums, 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 hat es gemacht. Ja, ja, schieß dich nur aus da oben. Scheiß dich nur aus. Ich muss ja erst wieder diesen ganzen Möbel seitigen. Nicht drei, nicht drei, nicht drei, nicht drei, nein, 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 oh. Boah, so. Mann! Blöder Mist. Ja, schön. Danke! Die Episode ist bald zu Ende. Und ich hab's nicht geschafft. Wie dramatisch. Oh, das war gut, oder? Komm ich da weiter? Komm ich da weiter? Das ist die Frage. Da ist eine unsichtbare Wand, ne? Das heißt, ich komme da nicht weiter. Scheiße, ey. Fies, fies. Also, wenn ich das jetzt in der Folge wieder nicht schaffe, dann brauche ich, glaube ich, erst mal eine Pause. Und vielleicht sollte ich mir einprägen, wo die Minen sind. Aber das vergesse ich dann immer wieder, weil ich dann ständig auf was anderes konzentriert bin. Immer wieder irgendwie einen neuen Fehler habe, den ich umgehen möchte. Und dann... Stopp, 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 stopp. Ganz ruhig. Komm, drüber. Ja, das war gut. Mit etwas Glück. Okidoki. So, das wird der letzte Versuch sein. Denke ich mal. Ja, ja, komm. Komm! Ich muss doch erstmal wieder ein bisschen rückwärts fahren, ne? Damit ich ein bisschen Schwung holen kann. Hallo, Schwung holen. So, jetzt. Jetzt. Weg mit dem Dreck. So. Jetzt habe ich diesen ganzen Müll wieder vor mir liegen. Der mich... Behindert! So, dann haben wir ihn entsorgt hier, geschickt. Und jetzt müssen wir da wieder drüber. Komm. Nein, nicht reinfallen. Nein! Puh, 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 puh. Set was very knapp mal wieder. Oh, mein Fuß! Stopp! Das sieht auch nicht so gesund aus, wenn ich das mal sagen darf. La, 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 la. La, 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 la. Stopp. So. So, Vorsicht jetzt. Vorsicht! Ich muss auch über diese Scheiß Harpune wieder drüber. Oh Gott. Wenn ich es zu schnell mache, dann falle ich wieder woanders runter, ne? Minen! Ja! Das war es dann für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich werde das nächste Mal weiterspielen müssen, leider. Lasst mir ein Trost-Like da. Das wäre sehr schön. Ich sage, ciao, ciao!